hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar denke ich mir in der aktuellen situation bestellen wir alle mit sicherheit noch viel mehr online als zuvor und genau deshalb wird es auch viel interessanter für die meisten von euch sein in welchem zustand befinden sich denn die zustellungen gerade und genau das schauen wir uns heute einmal gemeinsam an wie kann ich mir mit home assistant eine übersicht darüber verschaffen in welchem zustand befinden sich meine pakete denn gerade die schwierigkeit hier besteht darin es gibt halt mehrere speditionsunternehmen und sagen wir mal wir haben jetzt zwei pakete bei ups eins bei hermes eins bei dhl da müssen wir jetzt schon bei drei speditionen anfragen wie sieht denn jetzt der zustand des paketes gerade aus und um das zu umgehen nutzen wir einen online dienst und zwar 17 track da können wir uns einmalig kostenlos registrieren dann all unsere paketnummern einfach hinterlegen die bündeln dann alle paketinformationen an einer stelle und von dort können wir dann den zustand aller pakete ganz bequem abfragen für 17 track gibt es auch für home assistant eine integration die wir uns dann zunutze machen dann müssen wir das ganze nur noch abschließend in unserer lovelace oberfläche einbinden und sind auch schon fertig wie das ganze jetzt im detail funktioniert schauen wir uns natürlich gleich schritt für schritt nochmal an wo wir aber gerade schon beim thema bestellen sind wenn ihr noch was bei amazon oder ebay bestellen möchtet dann wird es mich riesig unterstützen wenn ihr dafür meine affiliate links nutzen würdet heißt wenn ihr was bei zum beispiel amazon bestellen möchtet geht einfach unten in die video beschreibung klickt einmal auf meinen amazon affiliate link der bringt euch ganz normal nach amazon da gebt ihr ganz normal eure bestellung auf kostet euch natürlich genau das gleiche wie sonst auch aber ich würde dann eine kleine provision für eure bestellung bekommen und ihr könntet mich so aktiv unterstützen ohne dafür auch nur einen cent mehr ausgeben zu müssen würde mich riesig riesig freuen vielen vielen dank an der stelle dafür ein riesengroßes dankeschön auch an der stelle noch mal an alle die bereits mitglied dieses kanals geworden sind vielen vielen dank für euren kontinuierlichen support und für alle dies noch nicht mitgekriegt haben auch ihr habt jetzt die möglichkeit mitglied dieses kanals zu werden schaut mal einfach unten neben dem abonnieren button da könnt ihr jetzt nämlich auch die mitgliedschaft von diesem kanal erwerben dabei handelt sich um ein monatliches abo könnt ihr jederzeit natürlich auch wieder kündigen vielen vielen dank auf jeden fall auch dafür und ich würde sagen genug der eigenwerbung wir legen jetzt los mit dem video ja hier ist jetzt mein home assistant und wie ihr seht habe ich hier schon ein reiter pakete vorbereitet hier möchten wir nachher eine übersicht über unsere paket stati am ende erhalten bevor wir jetzt loslegen werfen wir mal einen kurzen blick auf die dokumentation von der integration 17 track ihr seht wir müssen hier nichts installieren sondern wir können direkt mit der konfiguration loslegen ganz kurz was macht die integration sie erzeugt uns sensoren und zwar einmal zusammenfassende sensoren die die pakete nach ihrem aktuellen status gruppieren und zusätzlich erhalten wir auch noch für jede paketnummer die wir bei 17 track hinterlegen einen einzelnen sensor was müssen wir jetzt hierfür tun wir müssen in unserer configuration yaml einen eintrag erzeugen unter dem hauptknoten sensor und zwar mit plattform 17 track benutzername und passwort und dann gibt es hier unten noch zwei zusätzliche optionale parameter show archivt und show delivered also ob wir archivierte oder bereits ausgelieferte pakete weiterhin sehen möchten oder eben nicht dann liefert uns die dokumentation ebenfalls auch noch ein beispiel für eine markdown karte wie man diese sensoren jetzt im lovelace dashboard integrieren kann und ich würde sagen das beispiel spielen wir jetzt mal von anfang bis ende durch dazu gehen wir als erstes mal hier auf die seite 17track.net und dann seht ihr haben wir hier die möglichkeit paketnummern einzugeben das ist aber nur für den fall dass wir jetzt mal eben einmalig unsere pakete tracken möchten das bringt uns aber nicht weiter was wir hier eintragen können wir erstmal so nicht von home assistant abfragen was bietet die seite noch wir können hier oben diverse übersetzungen aktivieren heißt wir können die seite auch auf deutsch umstellen und dann lesen wir hier geben sie bis zu 40 nummern ein eine sendungsnummer pro zeile wir möchten das ganze aber ja jetzt eben nicht manuell machen sondern über home assistant dafür benötigen wir wie eben schon gesehen einen account und den legen wir uns jetzt erstmal an dazu klicken wir hier oben auf dieses benutzerprofil logo und dann wählen wir hier noch keinen account also registrieren zur registrierung brauchen wir nur die angabe einer e mail adresse und einen bestätigungscode der hier rechts in der grafik abgebildet ist tragen wir also hier mal die e mail ein test at smart home yourself punkt de der bestätigungscode wenn ich das richtig lese ist m n g e und dann klicken wir auf nächster zum bestätigen dass die e mail adresse korrekt ist erhalten wir jetzt einen verifizierungscode per e mail so sieht jetzt die von 17 track erhaltene e mail aus ich markiere mir den code wechseln zurück füge den code hier ein und klick auf nächster im nächsten schritt müssen wir noch ein passwort festlegen dann klicken wir hier wieder auf nächster jetzt möchten sie noch wissen ob wir ein käufer verkäufer oder ein dienstleister sind wir sind ein käufer möchte hier noch eine kategorie wissen ich sage jetzt einfach mal computer und büro und sage fertig so und jetzt sind wir angemeldet das sehen wir hier oben dass wir jetzt hier so ein eignamen hier steht auch unsere e mail adresse wenn wir da drauf klicken und wir haben jetzt hier mein konto und jetzt sehen wir hier freies mitglied ich klick mal kurz auf jetzt kaufen einfach dass ihr den unterschied der verschiedenen modelle seht als freies mitglied also im kostenlosen modus haben wir die möglichkeit bis zu 40 pakete gleichzeitig zu tracken ich glaube für den privat gebrauch reicht das mehr als aus ansonsten wenn ihr mit 40 paket anfragen nicht auskommt dann müsstet ihr 3 dollar im monat bezahlen für bis zu 100 sendungs anfragen und 5 dollar für 200 anfragen was das genau heißt schauen wir uns jetzt aber direkt mal an ich gehe mal hier auf den überblick und dann seht ihr hier oben sendungsnummer 0 von 40 und das ist eben dieses limit was wir in der kostenlosen variante haben heißt wir können hier 40 sendungsnummern die aktiv sind überwachen ihr seht jetzt hier im überblick auch schon die getrackten nummern werden in kategorien aufgeteilt und zwar nicht gefunden in zustellung abgelaufen abholung nicht zugestellt zugestellt und alarm so hat man also auch immer eine schöne übersicht über alle pakete die gerade für einen im umlauf sind in welchem zustand sie sich gerade befinden und man kann hier einfach drauf klicken und bekommt dann die entsprechenden pakete angezeigt ja so viel aber erstmal nur zur oberfläche von 17 track was müssen wir denn jetzt tun um unsere paketnummern hier in das system zu kriegen dazu haben wir hier oben diesen orangen button da klicke ich einfach mal drauf und dann seht ihr das gleiche feld wie eben auf der startseite geben sie bis zu 40 nummern ein eine sendungsnummer pro zeile fügen wir dem system einfach mal drei nummern hinzu so dann seht ihr hier unten auch drei stück wir klicken auf hinzufügen so und dann erhaltet ihr hier eine übersicht von allen hinzugefügten paketnummern jetzt seht ihr hier zusteller auswählen und er selektiert wie ihr hier sehen könnt auch schon mögliche dienstleister vor heißt er erkennt anhand dieser paketnummer bereits welche zusteller denn in frage kommen um dieses paket zu transportieren das erste ist dhl asia das zweite kommt mit gls und das dritte ist dhl deutschland so und jetzt könnt ihr hier auch schon sehen in welchem zustand die pakete sich gerade befinden beziehungsweise wo sie sich gerade aufhalten oder wie im dritten fall zu sehen dieses paket wurde bereits geliefert das seht ihr auch noch mal hier vorne an diesen icons und wenn wir jetzt in den überblick gehen dann seht ihr auch hier zwei pakete sind noch im transit und ein paket ist zugestellt hier oben seht ihr jetzt auch drei von 40 möglichen sendungsnummern haben wir jetzt aktiv und wenn wir jetzt noch mal auf zugestellt gehen dann seht ihr hier hinten haben wir die möglichkeit die zugestellten zu archivieren oder eben zu löschen und diese beiden funktionalitäten die sind eben relevant wenn wir unser limit von 40 paketen erreichen denn mehr als 40 nummern können wir hier ja nicht hinterlegen wenn wir jetzt die information über dieses paket aber nicht verlieren möchten dann haben wir hier also die möglichkeit zu sagen archivieren so jetzt ist die paketnummer hier weg wenn wir jetzt auf den überblick wechseln haben wir auch nur noch zwei im system können also jetzt wieder eine paketnummer mehr hinterlegen als vorher haben weiterhin aber unsere archivierte paketnummer hier oben im archiv können hier also immer noch auf den zustand zugreifen und haben auch die möglichkeit das ganze wieder zu aktivieren sofern wir noch einen der 40 slots frei haben so wir haben also jetzt drei nummern im system hinterlegt jetzt schauen wir uns mal an wie wir das ganze in home assistant einbinden dazu gehen wir hier nach home assistant und wechseln hier mal in den file editor hier seht ihr jetzt meine configuration yaml und wie wir eben in der dokumentation gesehen haben müssen wir jetzt unter dem eintrag sensor unseren plattform eintrag eintragen den kopiere ich mir schon mal und jetzt sehen wir hier sensor doppelpunkt include sensors punkt yaml solltet ihr diesen eintrag nicht haben sondern eure sensoren hier drunter haben ich kann euch dieses vorgehen nur empfehlen denn so könnt ihr eure configuration yaml wesentlich übersichtlicher gestalten denn ich sorge hiermit dafür dass alle meine einträge die unter dem hauptknoten sensors eigentlich stehen müssten ausgelagert werden in die datei sensors punkt yaml heißt wir bearbeiten jetzt nicht die configuration yaml sondern wir wechseln jetzt in meinem fall in die datei sensors yaml wenn ihr diesen eintrag nicht habt könnt ihr das ganze also auch in der configuration yaml unter dem punkt sensors erfassen ich füge hier jetzt einfach mal das beispiel ein und wir ersetzen jetzt hier unsere zugangsdaten und das war test at smart home yourself punkt de und als passwort hatte ich smart home 82 mit einem add als a und dann sagen wir mal speichern wechseln noch mal eben in die dokumentation zurück denn es gab hier noch zwei optionale parameter und zwar ob wir archivierte und ausgelieferte pakete sehen möchten die archivierten interessieren mich nicht aber ausgelieferte möchte ich persönlich schon gerne sehen also tragen wir das noch mit hier drunter ein show delivered doppelpunkt true der vollständigkeit halber übernehmen wir jetzt aber auch noch den eintrag show archived auch wenn das die standard einstellung ist also das müsst ihr nicht eintragen aber der vollständigkeit halber schreiben wir das hier mal noch mit rein so und das war es auch schon an konfiguration mehr ist hier gar nicht nötig alle sensoren werden durch diesen eintrag vollautomatisch jetzt erzeugt das einzige was wir noch machen müssen ist wir müssen jetzt home assistant neu starten dafür gehe ich auf einstellungen server steuerung prüfe einmal die konfiguration die konfiguration ist okay also können wir das system neu starten so home assistant ist neu gestartet wir sollten jetzt ein paar neue sensoren im system haben und das überprüfen wir direkt mal in den entwickler werkzeugen wir suchen jetzt hier mal nach 17 und dann sehen wir auch schon hier oben die ersten drei sensoren sind direkt die sensoren für unsere drei hinterlegten paketnummern schauen wir uns mal einfach einen an und hier seht ihr die daten kommen von 17track.net ziel ist deutschland als infotext sehen wir hier noch mal dass das paket bereits an gls übergeben wurde eine aktuelle location haben wir nicht der ursprungsort ist spanien hier haben wir noch mal die tracking nummer das ganze hat dann auch noch einen friendly name und das war es eigentlich auch schon schauen wir mal was die anderen sensoren noch so liefern wenn wir hier mal etwas weiter runter scrollen sehen wir nämlich hier die sensoren mit den gruppierungen und zwar packages delivered package expired packages in transit not found ready to be picked up returned und und delivered das sind also die gruppierungen die uns von 17track zur verfügung gestellt werden schauen wir uns mal den sensor in transit an denn dieser sollte jetzt ja zwei pakete enthalten und genauso ist es auch wir sehen hier wieder attribution data provided by 17track.net und unter packages erhalten wir jetzt eine liste von allen paketen die sich gerade in zustellung befinden das eine liste ist erkennen wir hier an dem vorangestellten minus und da können wir sehen haben wir zwei einträge von also zwei pakete in unserer package liste und genau die möchten wir jetzt als erstes einmal in home assistant einbinden vielleicht noch eben zum sensor selbst der zustand ist jetzt hier zwei das heißt als zustand von diesem sensor erhalten wir immer die anzahl an paketen die sich gerade in zustellung befinden wenn wir jetzt den status delivered mal auswählen dann seht ihr der zustand 1 also 1 von den dreien wurde bereits ausgeliefert und hier seht ihr auch haben wir nur dieses eine paket in unserer liste binden wir das ganze jetzt mal in die oberfläche ein und zwar gehen wir dafür auf die übersicht in den bereits vorbereiteten reiter pakete sagen hier oben benutzer oberfläche konfigurieren und fügen einmal eine karte hinzu dann sagen wir hier markdown den beispieltext löschen wir hier einfach mal raus und wir sagen jetzt hier erst einmal pakete in zustellung und jetzt brauchen wir hier nur noch einen inhalt und den hatten wir ja schon in der dokumentation also kopieren wir uns hier den content einfach mal raus wechseln wieder nach home assistant und fügen das ganze mal hier als inhalt ein so damit ich euch jetzt dieses markdown etwas besser erklären kann habe ich jetzt auf der rechten seite mal noch die entwickler werkzeuge mit dem sensor packages in transit geöffnet einfach damit ihr die datenstruktur hier auf der rechten seite sehen könnt und somit besser versteht was dieses markdown denn genau macht und zwar haben wir hier eine vorschleife die vorschleife erzeugt hier für jeden durchlauf eine variable namens und zwar aus dem jeweiligen eintrag der liste states sensor 17 track package in transit attributes packages das heißt wir reden von unserem sensor von diesem hier package in transit und zwar einem wert aus der attribut liste dieser hier und aus der attribut liste holt er sich das attribut packages dieses hier so und da packages ja eine liste ist und darin zwei einträge existieren haben wir hier einen durchlauf in der vorschleife der zweimal durchlaufen wird und somit steht beim ersten durchlauf in der variable package alles was im ersten eintrag steht und beim zweiten durchlauf alles was im zweiten eintrag steht so und daraus ergibt sich jetzt hier das was ihr in der vorschau hier unten sehen könnt nämlich pakete in zustellung das ist hier der titel und dann haben wir hier unseren ersten eintrag und hier unseren zweiten wie kommt das hier jetzt zustande das ist diese zeile die er eben für jeden durchlauf einmal ausführt und zwar die zwei sternchen vorangestellt die sorgen dafür dass alles was danach kommt fett geschrieben wird und mit den zwei sternchen dahinter beenden wir den fettdruck wieder und hier schreibt er hin package punkt friendly name er holt sich also aus der variable package den friendly name unsere variable ist im ersten durchlauf dieser block also holt er sich diesen friendly name der ist null also leer und deshalb sagte hier korrekterweise nun hinter dem friendly name gibt er noch den infotext der variable aus das ist dann dieser hier im ersten durchgang und den text sehen wir also genau hier ich bin nicht ganz sicher woher er sich diesen friendly name sonst holen würde aber damit uns hier das mit dem non nicht passiert wo wir uns sicher sein können dass es gefüllt ist ist die tracking nummer also würde ich sagen ändern wir hier friendly name mal in tracking nummer und somit seht ihr auch schon ändert sich hier die vorschau direkt und wir sehen hier ist unsere tracking nummer und unser infotext so und das war es eigentlich auch schon und somit sehen wir hier alle pakete die sich gerade in zustellung befinden wenn wir das ganze jetzt speichern sieht die karte erstmal so aus jetzt sage ich hier einfach mal karte duplizieren wir schauen hier noch mal eben was wir alles für sensoren noch hatten und zwar status delivered interessiert uns noch denn da hatten wir ja auch noch einen eintrag drin und das einzige was wir jetzt hier austauschen müssen ist unser sensor name so und dann ist das nicht mehr pakete in zustellung sondern das sind jetzt die ausgelieferten sagen wieder speichern und dann seht ihr hier haben wir die pakete in zustellung und hier unten haben wir die ausgelieferten pakete aufgelistet das könnt ihr für diese ganzen gruppen sensoren hier genau so anwenden natürlich könnt ihr auch hier das format anpassen ihr könntet zum beispiel auch hier eine raute vormachen und dann einen zeilenumbruch und dann sähe das ganze zum beispiel so aus raute ist eine überschrift wenn ihr zwei rauten da vorsetzt wird die überschrift etwas kleiner und ihr hättet den text darunter und zum beispiel mit drei sternchen das ganze voneinander getrennt damit das etwas gleichmäßiger aussieht machen wir auch noch mal die linie oben drüber und das können wir jetzt zum beispiel nicht nur für ausgelieferte machen sondern das können wir jetzt natürlich auch wieder hier auf dieser karte anwenden denn hier sieht man jetzt etwas besser wie sich diese linien auswirken ja das wäre zum beispiel mal eine alternative wie man diese karte gestalten könnte das einzige was an dieser stelle jetzt nicht so schön ist ich dupliziere nochmal eben diese karte und wir wählen jetzt mal einen der sensoren wo nichts drin ist und zwar nehmen wir zum beispiel mal den sensor expired und jetzt seht ihr hier abgelaufen pakete so und jetzt steht hier abgelaufene pakete aber da ist ja gar nichts drin also interessiert mich diese karte jetzt in diesem moment ja gar nicht um jetzt also hier zu vermeiden dass wir diese leere karte hier überhaupt sehen zeige ich euch jetzt noch einen trick und zwar ich gehe noch mal eben hier auf bearbeiten und kopiere mir das ganze markdown sage jetzt hier nochmal schließen und lösche die karte erstmal wieder wir fangen also nochmal an wir legen eine neue karte an suchen jetzt aber nicht nach markdown sondern nach bedingte elemente dann können wir jetzt hier unter karte unser markdown schon mal wieder erzeugen werden also hier die karte markdown aus sagen abgelaufen fügen hier wieder unseren inhalt ein und sehen jetzt hier abgelaufen unsere linie und keinen eintrag denn dieser sensor liefert ja auch keine werte also vollkommen korrekt und jetzt schauen wir mal in den reiter bedingungen und hier können wir jetzt eine entität auswählen heißt wir möchten jetzt hier festlegen wann die karte angezeigt werden soll das soll natürlich abhängig sein von dem sensor dessen werte wir hier anzeigen also suchen wir nach sensor punkt 17 track und wählen jetzt hier auch unseren sensor packages expired so jetzt ist natürlich die prüfung hier gerade nicht gültig er sagt jetzt hier zustand ist gleich oder zustand ist nicht gleich und wir erinnern uns dieser sensor liefert uns immer die anzahl der pakete die er zurück liefert hier sieht man auch noch mal aktuell ist der zustand dieses sensors null genau das ist ja auch der zustand in dem wir die karte eben nicht sehen wollen also sagen wir hier schon mal null jetzt steht hier aber noch zustand ist gleich das heißt jetzt würde er die karte nur anzeigen wenn keine pakete da sind macht natürlich keinen sinn sondern wir möchten sie nur dann sehen wenn pakete drin sind also wenn der zustand nicht gleich null ist das werden wir aus und ihr seht die karte verschwindet in der vorschau wenn ich jetzt hier auf speichern klicke könnte man meinen wir haben was falsch gemacht denn hier oben steht abgelaufen nein wir haben alles richtig gemacht aber sonst hätte man wenn die karte jetzt nicht da wäre auch keine möglichkeit hier auf bearbeiten zu klicken einzig und allein aus diesem grund sehen wir die karte jetzt noch wenn wir den bearbeiten modus aber verlassen dann seht ihr ist die karte weg so wenn wir jetzt noch mal die entwickler werkzeuge daneben legen dann sehen wir jetzt hier packages expired zustand null und die karte ist weg in den entwickler werkzeugen können wir aber ja die werte unserer sensoren manipulieren heißt ich setze jetzt hier den zustand einfach mal auf 1 wir tun jetzt mal so als ob ein paket hier drin wäre ich mache jetzt hier keinen eintrag für aber einfach nur mal um zu zeigen wenn der zustand jetzt hier auf 1 wechselt und ich klicke jetzt hier auf status setzen dann seht ihr taucht hier die karte auf sobald das paket hier wieder verschwindet wechselt ja der zustand wieder auf null und die karte wird automatisch wieder ausgeblendet und das gleiche können natürlich auch für pakete in zustellung für ausgelieferte pakete etc genau so auch umsetzen und somit seht ihr die karten nur noch wenn sie euch interessieren sind keine werte darin enthalten sind die karten einfach unsichtbar ja soviel zum thema paket tracking mit home assistant ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen solltet ihr doch noch irgendwelche fragen haben stellt sie mir gerne unten in den kommentaren oder lasst auch gerne einfach einen kommentar für den lieben youtube algorithmus da würde mich auf jeden fall auch sehr unterstützen zum thema fragen ich kann euch nur empfehlen schaut dafür auch gerne mal bei uns auf dem discord vorbei link blende ich euch ein ansonsten findet ihr den unten in der video beschreibung und auch oben in der infobox auf unserem discord werden täglich alle themen rund um home assistant arduino esp raspberry pi linux und 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 diskutiert wenn ihr euch also auch zu diesen themen mal mit anderen leuten austauschen möchtet schaut also gerne mal vorbei würde mich riesig freuen den ein oder anderen von euch da begrüßen zu können ansonsten hoffe ich hat euch das video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit dem daumen hoch abonniert den kanal wenn noch nicht geschehen und klickt auch direkt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sagt einfach bis zum nächsten video ciao